Hier sehen Sie die Oberfläche des Programmes Sotero. Die Oberfläche lässt sich in drei Bereiche aufteilen. Im linken Bereich befindet sich Meine Bibliothek. Hier finden Sie alle Titel, die Sie bisher in Sotero importiert haben. Unter Meine Bibliothek können Sie beliebig viele Sammlungen und Untersammlungen anlegen, um Ihre Literatur zu sortieren. Zum Beispiel können Sie eine Sammlung anlegen pro Hausarbeit, die Sie schreiben müssen, und dann können Sie Ihre importierte Literatur beliebig vielen Sammlungen zuordnen. Sobald Sie eine Sammlung auswählen, werden Ihnen im mittleren Bereich alle Titel angezeigt, die dieser Sammlung zugeordnet sind. Dabei können Sie die Anzeige in Sotero der Titel beliebig anpassen. Durch Rechtsklick auf die oberste Zeile können Sie auswählen, was Ihnen angezeigt werden soll. Zum Beispiel können Sie hier sagen, dass Sie gerne das Veröffentlichungsjahr des Titels auch noch wissen möchten. Wenn Sie dann einen Titel in der Liste auswählen, werden Ihnen rechts die bibliografischen Daten für die Literatur angezeigt, also Titel, Autor, die Informationen, die Sie später benötigen, um die Literatur korrekt zu zitieren. Außerdem haben Sie rechts auch die Möglichkeit, an einem Titel eine Notiz hinzuzufügen oder einen Tag zu vergeben. Sotero lässt sich auf viele Arten anpassen. Diese finden Sie unter Bearbeiten in den Einstellungen. Zum Beispiel können Sie im Tab Synchronisieren Ihr Sotero-Konto ablegen. Sobald Sie das getan haben, ist es Ihnen möglich, Ihre Sotero-Sammlung mit Ihrem Account zu synchronisieren. Dann können Sie jederzeit unterwegs auf Ihre Literatursammlung zugreifen und diese weiter bearbeiten. Sobald Sie sich ein Sotero-Konto erstellt und dieses hier abgelegt haben, ist es Ihnen auch möglich, Gruppenbibliotheken anzulegen. Diese können Sie nutzen, um zusammen mit anderen Personen Literatur zu sammeln und zu bearbeiten. Diese Gruppensammlungen werden Ihnen im linken Bereich angezeigt. Als nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur in Sotero importieren können.